Du suchst Hühner? Nein, ich suche Freunde. Was heißt Zähmen? Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut machen. Vertraut machen? Gewiss, sagte der Fuchs. Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der hunderttausend kleinen Knaben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht, und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Ich beginne zu verstehen. Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das ist möglich, sagte der Fuchs. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge. Oh, das ist nicht auf der Erde. Auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist interessant. Und Hühner? Nein. Nichts ist vollkommen, seufzte der Fuchs. Aber der Fuchs kam auf seine Gedanken zurück. Bitte zähme mich, sagte er. Ich möchte wohl, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Was muss ich da tun? Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs. Du setzt dich zunächst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen, und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um drei Uhr anfangen, glücklich zu sein. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds nahe war, sagte der Fuchs, ach, ich werde weinen. Das ist deine Schuld. Du hast gewollt, dass ich dich zähme. Gewiss, sagte der Fuchs. Aber nun wirst du weinen. Bestimmt. So hast du also nichts gewonnen. Ich habe, sagte der Fuchs, die Farbe des Weizens gewonnen. Dann fügte er hinzu, geh die Rosen wieder anschauen. Du wirst begreifen, dass die deine einzig ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen. Und ich werde dir ein Geheimnis schenken. Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen. Er sagte zu ihnen, Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid noch nichts. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs, wie hunderttausend andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht. Und jetzt ist er einzig in der Welt. Und die Rosen waren sehr beschämt. Und jetzt ist er, wie mein Fuchs war. Und jetzt ist er, wie mein Fuchs war. Und jetzt ist er, wie mein Fuchs war.